Du weißt ja, ich bin der Yogi 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 Yogi. Jetzt isch eben den OWM. Kleine Lobhuttelei auf mich und auf die Mannschaft, die ich nominiert hab. Fantastisch, das machst du seit Jahrzehnten. Brillant wie man. Ist ja klar. Und deswegen absolut Top-Favorit. Der Druck für dich, Yogi, ist natürlich sehr hoch, ist klar. Ich mein, Deutschland erwartet was von dir und deswegen komm nicht ohne den Titel zurück. Was denkst du, was ist möglich? Ja, wir verteidigen den Titel. Wieso wir? Noch hab ich dich nicht nach nominiert. Ja, weil ich bin ja im Fanclub Nationalmannschaft. Bin wieder nicht dabei. Das ist auch okay. Mach dir mal Gedanken, mach dir mal Gedanken. Ja, hab ich schon. Seit Jahren, Jahren mach ich mir Gedanken, aber ich schaff das nie. Und das ist das Problem. Ich hab auf deinen Anruf gewartet, aber wahrscheinlich hat's meine Nummer nicht mehr. Ich hab sie eben den OWG löscht. Sonst wärst du natürlich eben den OWG dabei. Ja klar. Statt ein Özil oder ein Gündogan. Vielleicht so mit 45 werd ich die WM noch mitnehmen können. Aber Titel holen wir, oder? Auf jeden Fall. Der nächste Titel ist auf dem Weg nach Hause. Die beste Entscheidung ist, dass du zum Beispiel Mario Götze oder Schürle zu Hause gelassen hast. Klar, Yogi macht keine Fehler. Der Kader ist optimal vorbereitet. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der fünfte Stern ist quasi schon eingetütet. Denk ich auch, ja. Ich hab auch schon ein Trikot bestellt. Weil ich krieg vom DFB nichts mehr. Du gehst mir langsam auf den Nerv. Na klar. Das ging mir auch so. 2-6. Der Lutscher. Der Lutscher, ja. Da hoffen wir, dass wir einfach im Finale kommen. Aber Halbfinale kommen wir hinten raus und dann gucken, was dann passiert. Nee, aber ich trau euch ne Menge zu. Ich glaub, du wirst die Jungs da richtig einstellen. Und am Ende könnt's Viertelfinale klappen. Mehr nicht. Also zumindest gewinnen sie ein Vorrundenspiel. Ich stehe davon aus, dass er Weltmeister werde. Ich auch. Das ist immer schon zu zweit. Kommst du ohne Titel nach Hause, ich werde dich zerreißen. Danke. Aufgepasst, jetzt kommt er. Der neue WM-Hit von Matze Knob. Ich bin der Jogi, Jogi Löw. Jogi, 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 Jogi Löw.